Das gehört sich echt nicht. Das ist das allerletzte, was es gibt. So was gehört verboten. Wie stehst du zu Frauen, respektive zu Schwulen? Ich bin hetero, ganz einfach. Ich finde es halt einfach cooler, wenn ein Mann mit einer Frau schläft als andersrum. Als wenn die Frau mit dem Mann schläft? Du gibst an, mit über 500 Frauen geschlafen zu haben. Was toll ist, damit bist du immerhin auf Platz 3 hier am Tisch.